Das Besondere hier beim Stiftel im Audi Sportpark ist, dass man so nah am Fußballspiel dabei ist. Da brodelt es hier halt so richtig und die Atmosphäre ist einfach super. Das Team hier ist sehr aufgeschlossen, super kontaktfreudig. Dadurch wird die Atmosphäre, die Arbeitsatmosphäre super toll. Also wir suchen ständig Servicekräfte, Buffetkräfte, Schankkellner, Kioskmitarbeiter. Bei uns gibt es so für jeden den passenden Arbeitsplatz. Wir haben von 10 Personen bis zu 1000 Personen zu verköstigen. Auch wenn es bei uns mal stressig wird, wir helfen uns alle gegenseitig. Und das ist einfach die Abwechslung. Das macht einfach Spaß. Wenn man sich hier bewirbt, sollte man offen sein, offen für Neues. Und man sollte gerne neue Leute kennenlernen, dann hat man hier sicher einen guten Start. Einfach bewerben und zu uns kommen. Wir freuen uns auf euch. Untertitelung des ZDF, 2020